hallo miteinander herzlich willkommen auf meinem youtube kanal thomas schmidt konz marathomi heute am 16 6 2022 wieder aus meinen sendestudien feuchern heute haben wir feiertag und heute beginnt auch ab heute mittag der comics salon in der langen den möchte ich heute auch noch besuchen ich hoffe es wird nicht ganz so heiß aber jetzt ist nicht der comics salon das große thema in diesen films sondern eine wirklich interessante schatzkiste voller münzen alle möglichen münzen kleinmünzen und auch ein paar silbermünzen und und ich habe es noch nicht angeguckt wir schauen uns dann nachher live an also noch nicht richtig angeguckt also das glaube ich wird richtig spannend das habe ich bei ebay neulich mit potto für 87 euro ersteigert wir werden dann wird das den ungefähren wert bestimmen und aufschreiben und mal schauen ob also wie man schon bei der briefmarkenschatz suche kennen ob sich der einkauf rentiert hat ich habe auch mal falls silbermünzen dabei sind auch noch eine waage dabei ja aber bevor man damit loslegen möchte ich euch noch bitten meinen youtube kanal thomas schmidt konz marathomi zu abonnieren falls ihr das ohnehin noch nicht getan hat dazu den abonnieren button rechts unten anklicken und wenn ihr immer noch die klingeling mit anklickt dann bekommt ihr auch meine neuesten filme mit also die diese schöne kuhglocke die ich da mal neulich irgendwo erworben hat die hat sich schon für die filme rentiert ja ich will gar nicht lange um den heißen brei reden gehen wir doch gleich dann nachher in schatz zu hier und ihr seht hier ist massiv für 87 euro massig ware dabei das wird jetzt richtig spannend natürlich können man da jetzt nicht auf jedes detail eingehen da da glänzt sogar silbern und dann glänzt golden es wird kein echtes gold sein so viel wage ich schon zu sagen hier das sieht auch silbern aus dessen schöne alo chips sozusagen und dann haben wir hier noch so ganz alte münzen vom deutschen reich und es sind auch noch ein paar nummes briefe vorhanden also das wird richtig spannend freut euch mit mir das wird eine richtig interessante schatz suche ja so wie es aussieht scheinen hier auch ein paar echte silber münzen dabei zu sein die machen wir doch am schluss damit ist ein bisserl spannender wird das ganze aber wir beginnen auch gleich mal mit ein paar silber münzen und zwar habe ich hier es sind nämlich auch ein paar nummes briefe dabei ist jetzt nicht ganz so spannend von von den sammler werden hier bei diesen münzen die ich euch jetzt gleich zeigt aber sie sind halt aus silber und das ist schon mal sehr interessant und man muss ja bedenken ich habe für diesen ganzen riesigen posten mit potter ja auch nur 87 euro gezahlt ja was sehen wir hier sehen wir nummes briefe und zwar mit den zehn d mark münzen mit den ersten zehn d mark münzen der bundesrepublik deutschland zu den olympischen spielen 1972 in münchen die wurden in riesigen auflagen geprägt und dazu gab es dann auch noch hier diese nummes briefe die deutlich später herausgegeben wurden hier steht zwar erste ausgabe 6.02.72 für den sport aber da oben sieht man eine wesentlich neuere marke von 1992 das war wahrscheinlich gab man diese nummes briefe zum 20 jährigen jubiläum der olympischen spiele als in gedenken an die olympischen spiele in münchen heraus vor 20 jahren diese münzen bestehen zu 9,7 gramm aus silber feingewicht etwa und sie und sie wurden in riesigen auflagen geprägt also sammler wert hält sich dadurch sehr in grenzen im prinzip ist jetzt der wert dieser münzen nach unten durch den nominal wert begrenzt und durch den silber wert der silber wert ist momentan liegt momentan höher und da möchte ich so einen brief mit etwa 9 euro oder 10 euro bewerten sagen wir mal 10 euro weil das leichter zu rechnen ist ich habe mal bei ma shops reingeguckt wann wo diese 10 mark münzen alleine also ohne brief beginnen also so bei 8 9 euro muss man schon mindestens rechnen ich rechne jetzt aber mal 10 euro pro brief damit das ganze einfacher wird und wir haben hier sage und schreibe sechs dieser briefe hier sieht man eine andere variante dieser olympische sonderbringung zu den olympischen spielen hier praktisch mit dem stadion ist ein bisschen golden angelaufen ein bisschen golden oxidiert aber das ist kein gold sondern silber also insgesamt sind es sechs stück hier noch 100 jahre olympisches komitee sechs stück können wir schon 60 euro rechnen im prinzip ist fast die kiste dann schon fast bezahlt so jetzt habe ich schon mal eine der tüten geleert hier das sieht alles dunkel und so weiter aus dessen ein pfennig stücke vor 1945 hier meins von der weimarer republik schauen wir mal was für ein jahr das ist da ist jetzt entscheidend die erhaltung münzbräge buchstabe und so weiter da fehlt uns jetzt die zeit jeden dieser pfennige genauer unter die lupe zu nehmen aber das sieht von der erhaltung eigentlich recht schön aus noch also da ist nichts verkratzt und so weiter es ist halt er hat halt eine gewisse badina er sieht er glänzt und funkelt halt nicht mehr das war jetzt einer von der weimarer republik sozusagen hier haben wir auch noch mal ein reichspfennig der ist von 1935 nicht mehr weimarer republik das ist dann schon frühe nazizeit und hier haben wir auch einen aus dem kaiserreich schauen wir den noch mal exemplarisch an des von 1915 und münzbräge buchstabe g müsste man jetzt genau nachschauen machen wir noch mal einen schauen wir mal was haben wir hier auch noch mal ein vom kaiserreich münzbräge buchstabe a das ist der häufigste und immerhin aus dem jahr 1893 also das sind richtig alte stücke drin ich habe es auch schon mal schnell gezählt es sind 37 einpfennig stücke wobei man die taxieren sagen wir mal bei 15 euro bei 50 cent pro stück im einzelverkauf als konvolut würde man dann wohl weniger kriegen als das rechnen wir mal 15 euro das wir schon bei 75 euro ja ich habe die nächste tüte geleert jetzt wird es golden das sind ganz dicke medaillen die sie mir so nach dem bayerischen münzkontor könnten das sein deutschland einigkeit und recht und freiheit schön vergoldet das ganze als echtes gold ist es sicherlich nicht weil dann wäre es natürlich ein hammer wenn sowas aus gold beim gewicht wir können es mal wiegen ich habe hier so eine waage da sehen wir es dann gleich weil das gewicht zu gering ist weil gold wäre wahrscheinlich deutlich schwerer hier 35 gramm wiegt das ganze ich denke das ist wahrscheinlich so eine kupferlegierung die vergoldet ist 35 gramm in der größe wäre das mindestens doppelt oder ja da hätten wir wahrscheinlich ein gewicht von 70 80 gramm wenn das pures gold wäre und wie gesagt medaillen kann ja auch jeder bringen privatfirmen das ist ja kein geld und daher würde ich jetzt sagen diese fünf stücken medaillen da kann man vielleicht maximal zehn euro rechnen aber sie sind auch sehr schwer zu verkaufen ich rechne jetzt einfach doch mal zehn euro damit man bei 85 euro landen ja es folgt die nächste tüte hier sieht silbern aus hier glänzt schon nicht mehr golden wahrscheinlich auch das meiste unedles metall weil das hier auch medaillen sind wieder wahrscheinlich aus dem bayerischen münzkontor ich kann es nicht sagen vielleicht versteckt sich auch eine silbermedaille darunter ich sehe jetzt hier nirgendwo einen wenn man da so eine 999 oder irgend sowas sieht dann weiß man dass es dann doch feinsilber ist hier muss ich ein bisschen aufpassen hier ist die ist jetzt nicht geschützte münze schauen wir sie die medaille schauen wir sie doch mal durch vielleicht finden wir ja doch noch was was silber sein könnte hier sind wir weitere also da muss ich mal noch mal nachfaschen können sie vielleicht silbermedaillen verstecken dann ist es natürlich dann wäre es natürlich super schauen wir mal ein bisschen durch da wie sieht denn die die sieht so oxidiert aus fast wie silber muss ich mal ein bisschen genauer inspizieren alles so im spiegelglanz auch geprägt oh holy crap würde jetzt dann von den auktion hander sagen was sehe ich denn da das ist ja wahnsinn juhu 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 wieder ein silberling unerwartet das haben wir auch bei dem angebot nicht hier 999 erstempel die müssen wir doch gleich mal wiegen und schauen was er wiegt ich lasse jetzt mal in der hülle drin dann müssen wir wahrscheinlich so etwa ein gramm dazu rechnen ich will sie jetzt wegen der polierten platte nicht mit meinen fingern antartschen schauen wir mal was er wiegt 12 gramm ja 12 gramm zeigt mein meine münzwaage an das ist wahrscheinlich dann zehn gramm reines silber da können ja vielleicht auch noch aufschreiben wie viel silber dann das ganze hat zehn gramm silber der kurs ist momentan 66 cent aber man kriegt das silber eigentlich nicht sagen wir mal wenn man es ankaufen will wenn man es beim händler kaufen unter 80 90 cent kriegt man es praktisch nicht und ich habe jetzt mal gestern bei pro arm reingespitzt bei ein unzen münzen die zahlen teilweise jetzt schon zu 71 bis 77 cent programm das liegt auch deutlich über den börsenkost von aktuell etwa 66 cent programm also man sieht der silberpreis koppelt sich immer mehr von den börsenkosten ab für echte münzen für echte medaillen und für echte silber bahn das ist alles ein virtueller handel ich würde wenn man silber und gold anlegt empfehlen immer wirklich die echten physikalischen münzen zu kaufen und für etwa zehn gramm möchte ich daher für diese medaille auch acht euro rechnen dann sind wir schon bei 93 haben das ganze schon überschritten und jetzt hier da vielleicht versteckt sich bei dem ganzen auch noch bei dem ganzen hier doch auch noch die eine oder andere silbermedaille kann es nicht sagen ich habe jetzt auf die schnelle keine stempel aller 999 entdeckt da muss man mal im internet recherchieren ob da vielleicht doch noch was dabei ist das nicht nur versilbert ist sondern sogar aus silber ist es könnte der fall sein weil hier haben wir ja eine echte silbermedaille auch entdeckt jetzt zählen wir sie mal die restlichen 4 8 10 14 rechnen wir mal 1,50 pro medaille dann sind wir ja sagen wir mal 20 euro das dürfte wohl bei diesen medaillen drin sein aber wie gesagt sie sind auch nicht leicht zu verkaufen sind wir schon bei 113 euro wahnsinn ja jetzt wird es richtig spannend hier haben wir 1,7 kilo kilo ware ich habe es schon mal abgewogen um zu sehen wie viel das ist jetzt nehmen wir das einfach mal aus und tun es in die tüte zurück und schauen mal ob man da irgendwas wertvolles in dieser kilo ware entdecken also das sieht doch schon wie so da fühlt man sich schon wie onkel dagobert in dem da könnte man jetzt in den münzen wühlen aber da manche auch ganz gut erhalten sind möchte ich jetzt hier nicht so arg wühlen zum beispiel die hier das ist eine münze aus malta neuer 1994 ich hole glaube ich mal mein standard katalog of world coins noch dazu also das ist ich habe den katalog jetzt mal dazu geholt und das ist wirklich eine das ist nämlich eine lira von malta das entsprach etwa einem fund vorher ist nicht zu vergleichen mit der liere von italien das war richtig viel geld eine lira auf malta und der standard katalog of world coins der notiert hier auch immerhin vier euro und da sehe ich jetzt schon mal das ist eine münzkilo ware die die deutlich besser ist als was man sonst so bei solchen münzkilo waren dieser art mit moderneren münzen sieht und da möchte ich wirklich auch dann schon mal zwei euro für die rechnen klick mal zur seite damit sie nicht weiter verkratzt wird jetzt können wir natürlich da nicht alle münzen einzeln raus machen aber wir schauen mal ob man da noch was besonderes finden hier eine fünf kronen von norwegen jetzt hier schon mit umlaufspuren die hat noch geld wert ich denke ja könnte so 50 cent geld wert haben dann haben wir hier wieder malta 1986 sogar die kann ich auch mal noch schnell nachschauen die notiert in vorzüglich auch 44 dollar dann haben wir hier eine weitere malta also die sind richtig gut da sind richtig schöne sachen dabei hier haben wir eine was ist das 50 enter 50 cent von neuseeland von 1967 sieht auch gut aus ist jetzt nicht so toll erhalten hier irgendwie fünf dollar von singapur soweit ich jetzt sehe ist das singapur nein hongkong fünf dollar ist auch nicht schlecht also da ist einiges drin das interessant sein könnte hier ein gulden von den niederlanden dann hier sogar irgendwelche münzen verpackt also das ist das ist keine schlechte kilowware mit der kann man wirklich was anfangen da kann man noch einzelne münzen heraus biegen und für den einzelverkauf nutzen und den rest kann man vielleicht wieder als 50 kilo ware verkaufen da von gambia 50 putus die sieht auch noch super aus wichtig ist die erhaltung jetzt und man muss jetzt schauen dass man die erhaltung nicht noch weiter verschlechtert weil eine lagerung von münzen hier auf diese art und weise natürlich miss arabes ist hier eine türkische münze vom jahr 2005 scheinen ja auch ältere münzen dabei zu sein auch krieg holy crap muss man schon wieder sagen kriegsnot geld von 1919 also das sind richtig interessante sachen dabei von der stadt hersfeld als es sind auch alte sachen dabei also die muss man wirklich einmal genauer anschauen das ist eine richtig schöne interessante münzkiller ware wo offensichtlich auch noch ein paar ältere sachen dabei sind also sagen vor 1945 da kommt freude auf da kommt spaß auf hier eine krone aus island also das sind lauter interessante sachen dabei also da muss ich wirklich noch mal in aller ruhe das ganze durchgucken jetzt können wir es leider nicht alles anschauen weil dann würde der film wahrscheinlich mehrere stunden dauern ich mache mal kurz aus und schaue noch ein bisschen durch ob ich noch was interessantes auf die schnelle finde ja ich habe noch mal ein bisschen gewühlt haben noch ein paar sachen auf die schnelle entdeckt hier noch mal so eine lira von malta die ja relativ hoch ist dann das scheint auch ein höherer wert zu sein und gut erhalten 20 kolonnes von costa rica dann auch noch mal was altes hier ein fünf pfennig von 1899 leiter münzbuchstabe a aber man sieht da sind auch ältere sachen hier dann aus der kriegszeit noch mal geld diese 10 pfennig stücke aus zink oder was unedlen metall also das sind richtig interessante sachen dabei hier eine 2 vor von der commerce kammer also handelskammer immerhin vom jahr 1923 sicher auch ein bisschen besser also da ist schon einiges dabei ja da das sieht auch noch ganz interessant aus das sieht glaube ich nach marokko oder irgend sowas aus auch ein höherer wert 10 dirham oder irgend sowas ich weiß nicht was die für eine währung haben dann haben wir hier griechenland das zeigt hier alexander den großen glaube ich 100 drachmen damals auch ein bisschen geld wobei das griechische geld damals nicht so viel wert war dann hier wieder schweden und dann was haben wir hier noch dominikanische republik eine größere münze also da ist einiges dabei ich werde jetzt mal die kamera vom stativ ab montieren und dann zeige ich euch noch mal ein bisschen bar nahaufnahmen ja hier noch mal diese interessante und sehr abwechslungsreiche münzkiloware jetzt in nahaufnahme da haben wir hier auch noch mal eine großmünze was ist das das ist wieder australien 50 cent so ein sonderprägung ja also man sieht das sind doch schöne sachen dabei hier sind wir ja auch noch mal da schaut ein hagenkreuz her deutsches reich ein zweipfennig stück das legen wir hier auch mal zur seite hier habe ich mal schon die besseren ein bisschen zur seite gelegt und das muss ich nachher dann mal ein bisschen aufräumen und sortieren weil hier sind einige recht gut erhalten noch und dann möchte ich jetzt nicht dass die noch schlechter von der erhaltung werden sich dadurch diese falsche lagerung dann verkratzt werden und so weiter hier haben wir auch noch eine südamerikanische münze was ist das venezuela 500 bolivar da naja da war inflation da ist noch irgendwas altes dabei also da kann man sicher noch das eine oder andere finden in diesen 1,7 kilo ja für den rest dieser kilowagen müssen wir ja noch einen wert errechnen ja so wenn es so eine normale einfache kilowware wäre kann man bei 1,2 kilo vielleicht so zehn euro rechnen oder auch ein bisschen weniger bei der jetzt hier möchte ich noch mal 20 euro dazu rechnen weil die eindeutig besser ist da kann man gute stücke rausziehen dann sind wir schon bei 155 euro als der wahnsinn was wieder zusammenkommt ja und jetzt folgen hier einige alu münzen bis auf die hier scheinen nicht alu zu sein ja das ist eine aus italien die legen wir mal da ein bisschen zur seite was hier kein alu ist doch etwas mehr als ich gedacht habe und ich sehe hier sind wahnsinnig viele 50 pfennig stücke aus der inflation 1921 hier leider münzbuchstabe a die wurden eigentlich nur geprägt damit die leute in den münzbräge anstalten was zum arbeiten hatten weil die waren wie sie rauskamen eigentlich schon wertlos ja hier mal münzbräge buchstabe f 1921 f können wir vielleicht mal kurz nachschauen ja 1921 f ist auch kein seltener jahrgang es gibt ein paar seltenere bei diesen münzen sich regen bringt segen steht da drauf also sie ist halt optisch sehr schön diese münze man kann die so für 50 cent stücke im einzelverkauf glaube ich verkaufen dann haben wir hier auch noch ein paar ddr alu münzen hier die von 1979 10 pfennig schauen wir mal hier ist auch ein ein pfennig stück von der ddr zeit der eine oder andere kann sich vielleicht noch an diese münzen erinnern dann haben wir hier eine ältere ddr sehe ich gerade die könnte dies leider kaputt das war eine von 1953 die werden eigentlich interessanter aber dies absolut beschädigt hier haben wir eine neue von der ddr dann haben wir hier auch eine aus dem ersten weltkrieg nein aus dem zweiten weltkrieg von 1944 also ich muss natürlich auch hier jetzt mal so präsentieren dass man es auch sieht ein ein pfennig stück so klappt so sieht man es dann besser immer ein bisschen schwer das zu zeigen also das sieht auch ganz interessant aus hier mal 1910 füller ist das ein alter ja das ist ein alter aus der k&k monarchie 1915 kann man auch so für einen euro verkaufen was haben wir denn hier ach das ist eine aus irland und penny oder irgend sowas ja und dann haben wir hier eine ältere ddr 1950 das ist wieder interessant leider nicht so ganz so super erhalten also der hier noch ein zweimal stück auch aufs aluminium von der ddr also da kommt auch ein bisschen was zusammen was wollen wir da rechnen ist jetzt ein bisschen schwer rechnen wir mal 15 euro für das ganze hier dann sind wir schon bei 170 euro also wahnsinn was da wieder zusammenkommt ja jetzt kommen wir noch zu den letzten münzen die hier etwas ordentlicher eingeordnet waren schauen wir uns meinen einzelnen an hier haben wir russische münzen unter anderem ein rubel links so sind da auch ältere dabei also richtig alte vorkriegsware ist da glaube ich nicht dabei ne es geht bis zu die 60er jahre zurück rechnen wir mal drei euro für das ganze hier dann sind wir bei 173 euro dann kommen hier zwei gedenkmünzen nachprägungen aus der ddr zeit von münzen aus dem jahr 1500 herum kostete mal einem ddr markt das ganze so ich hoffe man kann ein bisschen was erkennen er so erkennt man wahrscheinlich gar nichts ja da rechnen wir mal drei euro für die beiden dann sind wir bei 176 und dann gehen wir mal dann haben wir hier noch so ein 10 vor stück leider nicht gut erhalten würde ich vielleicht mal einen euro sagen ja ist dann das ist doch schön ein gut erhaltenes eine gute gut erhaltene einreichsmark münze 1934 f da kommen schon an die fünf euro rechnen weil die ist auch noch super halten also fünf euro glaube ich ist hier nicht zu viel könnte auch etwas mehr wert sein dann sind wir schon bei 182 euro dann haben wir hier eine alte das ist leider kein silber kupfer nickel von 1900 25 von bulgarien zwei lepter ich muss mal ein bisschen gucken ob man es auch erkennen kann dann mal kurz aufs display geschaut wenn ich sie mal ein bisschen so hin und her bewege dann erkennt man es meistens kann man was erkennen da würde ich auch mal sagen 2 euro für die hier sind wir bei 184 dann haben wir hier eine 5 mark von der ddr ich denke das ist nichts besonderes da kriegen wir vielleicht einen euro dann sind wir bei 185 dann haben wir hier was ist das leipzig das ist eine der besseren sonderprägungen da kann man vielleicht schon 5 euro rechnen dann sind wir bei 190 eine weitere 5 mark sonderprägung eisenach die ist noch ein bisschen seltener ja sieht auch gut aus da rechne ich jetzt einfach mal 7 euro kann auch ein bisschen daneben liegen ist aber jetzt egal auf den einen oder anderen euro hin oder her kommt es nicht darauf an heinrichmann 20 mark das ist eine der häufigsten sonderprägungen sieht man leider sehr oft also 2-3 euro maximal ich mache mal 3 euro damit wir jetzt bei 200 euro landen wahnsinn was da zusammenkommt dann haben wir hier ein 5 fennig stück 1800 ich muss natürlich so zeigen dass man es auch sieht 5 fennig stück 1897 leider münz buchstabe a a steht immer für berlin ist leider der häufigste rechnen wir mal einen euro dann sind wir bei 201 es geht weiter ja dann haben wir einen hindenburg 5 was ist das für ein jahrgang muss ich jetzt mal gucken 1938 müssen wir mal nochmal den münz buchstabe immerhin d hat 5 gramm silber würde ich mal sagen sollte man mal 5 euro rechnen die erhaltung lässt etwas zu wünschen übrig wenn man die in einem münzbad legt dann kommen wir die wieder auf hochklang zu bringen also die oxidation ist jetzt nicht so weil die sieht jetzt hier die patina hier nicht schön aus schöne patina sollte man nicht entfernen aber das ist eher dann keine schöne patina als sage ich mal nochmal 5 euro sind wir bei 206 dann hier die schon stark oxidiert die münze hat 12,5 gramm silber 1934 1934 5 Reichsmarkt Potsdamer Garnitionskirche soweit ich erkennen kann präge buchstabe e rechnen wir 10 euro für das ganze ich würde sie jetzt sogar momentan für 12 bis 13 euro verkaufen aber ich rechne jetzt mal einfach 10 euro damit ist in etwa der silberwert abgedeckt dann haben wir hier einen Hindenburg 5 auch etwas oxidiert 1935 eigentlich gar nicht so schlecht erhalten leider kein J sondern ein A rechnen wir auch 10 euro dann sind wir schon bei 226 hat er jetzt auch 12,5 gramm silber außerdem hier ein weiterer Hindenburg 5 mit dem hässlichen Nazi zeichen hinten drauf seit man weiß man sind äh kriegt man für die mit den Nazi zeichen mehr als für die ohne Nazi zeichen hier sieht man mal die unterschiede Adler mit Nazi zeichen Adler ohne Nazi zeichen was ist das für ein Jahr 1938 A auch kann man auch 10 euro rechnen das sind bei 236 dann haben wir hier die Potsdamer Garnitionskirche Interessant hier mit dem Datum das ist ein bisschen mehr wert wenn da hier so wenn da hier steht 3. März 1933 dann ist es eine Sonderprägung im Prinzip und dann interessanter 1934 A leider wieder ist jetzt in dem Fall wahrscheinlich auch nicht mehr als 10 euro wert ich sag mal 11 euro dann sind wir bei 247 euro also das war ja ein richtig guter Kauf bei Münzen ist es sehr selten machbar so einen Greibach zu machen speziell wenn da noch Silbermünzen und so weiter dabei sind normalerweise wird es viel höher gesteigert also das war glaube ich ein Glücksgriff hier nochmal 5 Reichsmark Hindenburg mit 12,5 Gramm Silber jetzt kriege ich schon gar nicht mehr raus was ist da für ein Münzbuchstabe es ist glaube ich G rechnen wir aber auch mal 10 euro dann sind wir bei 257 und ach Gott da ist ja nochmal einer dabei nochmal eine Potsdamer Garnitionskirche das ist jetzt auch dann die letzte Münze dann ist der Film natürlich auch schon wieder mal lang genug von 1935 ebenfalls 12,5 Gramm Silber Münzbuchstabe A also nichts besonderes vom Sammlerwert her hier geht es rein um den Silberwert und die sind recht beliebt als Silberanlage diese Münzen Hindenburg und Potsdamer Garnitionskirche bestehen zu 90% aus Silber und das Feingewicht ist 12,5 Gramm da rechnen wir auch nochmal 10 Euro und landen dann bei 267 Euro also Wahnsinn was da wieder alles zusammengekommen ist also das war ein richtig guter Kauf bei Münzen hat man ja eine viel kleinere Spanne und da ist es natürlich super ja das war eine wunderschöne das war ein das ist ein wunderschöner Münzposten und der war total gut jetzt auch für einen Film geeignet das war spannend gerade die Kiloware gefiel mir auch sehr gut weil es da schöne interessante Überraschungen noch drin waren wie diese ein Lira von Malta und auch ältere Sachen wie Kriegsnotgeld und dergleichen also es war richtig interessant bei den Silbermünzen müssen noch zu sagen ich kam auf wie viel Gramm Silber etwa 145 Gramm Silber also das war also das war einfach ein Superkauf da haben die Ebay Käufer wohl etwas geschlafen und wahrscheinlich war der Verkäufer auch nicht so ganz so glücklich über das Ergebnis aber was sage ich immer wenn ich was auch nicht so toll verkaufe was weg ist es weg mal das Bargeld und kann das wieder reinvestieren ja dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit wenn euch der Film genauso gut gefallen hat wie mir diese dieser Münzposten dann bitte liked ihn mit erhobenem Daumen ich freue mich über eure Kommentare Fragen versuche ich wie immer zu beantworten und natürlich ganz besonders freue ich mich über jeden neuen Abonnenten da rufe ich dann Juhu 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 ja dann genießt den Feiertag wahrscheinlich wenn der Film online geht ist der Feiertag auch schon wieder rum aber egal dann genießt die Tage danach das schöne Wetter das sommerliche Wetter am Wochenende soll es ja jetzt mal richtig heiß werden schon fast wieder zu heiß aber egal das absolut ideale Wetter gibt es sowieso nicht und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube Kanal Thomas Schmidt-Kratz auf Wiedersehen mit dem's bis zum nächsten Mal auf Tja bis zum nächsten Mal